...Regisseur und häufig auch als Hauptdarsteller fungierte. So dilettantisch seine Filme auch gewesen sein mögen, Batman-Regisseur Tim Burton erweist Ed Wood mit diesem Film einen sensationellen Tribut. Ich habe diese Leute auf Schwarz-Weiß-Film zum ersten Mal gesehen, erzählt er. Für mich sind das Ikonen, sowas kann man einfach nicht in Farbe schießen. Du musst durch die Tür gehen. Sicherlich von Vorteil war, dass der Regisseur mit Johnny Depp schon in Edward mit den Scherenhänden gearbeitet hat. Johnny spielt Ed Wood als Mann mit einer großen Vision und unbremsbarem Optimismus. In weiteren Hauptrollen sind zu sehen Martin Landau, Sarah Jessica Parker, Patricia Arquette, Bill Murray, Lisa Marie und George the Animal Steel. Um einen Film finanzieren zu können, soll Ed Wood einmal sogar so weit gegangen sein, dass er seine gesamte Filmcrew von Baptisten umtaufen ließ. Was tut man nicht alles? Der Film Ed Wood ist eine tolle Komödie über eine drollige Fußnote in der Geschichte Hollywoods. In Deutschland soll der Film im April in die Kinos kommen. Und eins ist gewiss, so haben sie Johnny Depp sicherlich noch nie gesehen. RTL Action Pack, Deutschlandpremiere. Er ist wieder unterwegs und er gibt ganz schön Gas. Brian Bloom als Bandit. Nach dem Tod seines Onkels hat er einen kompletten Jahrmarkt am Hals. Berüchtigte Kredithaie, aber auch die schöne Angel Austin. Und die braucht seine ritterliche Hilfe. Also packt Bandit den Jahrmarkt ein, schnappt sich Angel und ab geht's in die Berge. Doch die Verfolger warten schon. Bandit, Freitag, 20.15 Uhr im Action Pack bei RTL. Ich hasse, ich hasse Peter Pan. Dustin Hoffman ist Huck. Jetzt bei RTL. Tony, hier kommt der Genuss. Tomi, hier kommt der Genuss. Die Delikates-Mayonese von Tomi. Das erfolgreichste Auto des Jahres ist jetzt auch deutscher Tourenwagenmeister geworden. Boah. Die C-Klasse. Schauen Sie doch auch mal rein. Ich sitze hier und singe von Hütchen Mindis Wein. Die aus der großen Tüte voll die Erdnussknabberein. Die wollen alle knabbern, denn Mindis geben Schwung. Zehn Mindis sind sie im Ganzen. Die schmecken alt und jung. Komm auch du! Bleib zu! Da saßen wir fest. Doch wir hatten eine Idee. Ich hab die ganze Nacht geblitzt. Ohne meine neuen Energizer Lithium-Batterien hätten wir euch nie gefunden. Moment mal. Brauchst du eine Pause? Nein, mehr Fotos. Die kraftgebündelte Energizer Lithium. Mit Abstand die beste Batterie der Welt. Alle, die Kaffee besonders frisch mögen, werden von Bodum Kaffeemaschinen begeistert sein. Bodum für richtig guten Kaffee. Ich esse einfach viel zu viel am Himmelsstand. Die einseitige Ernährung, ja, das ist schon ein Fehler. Wenn mir was fehlt, nehme ich eine Pille und dann habe ich es. Ich komme gut ohne Pillen aus. Es gibt auch Schneekoppe. Leinsamen, Müsli, Säfte. Die gleichen auch Ernährungsfehler aus. Ich ernähre mich gesund. Schneekoppe. Mir geht's gut. Pflege, wie Sie sie noch nie erlebt haben. Entdeckt im Pons-Institut. Pons-Struktur-Pflegekapseln mit Nutrium. Ein einzigartiger Wirkkomplex aus Vitaminen und hautähnlichen Lipiden. In Sekunden fühlt sich Ihre Haut seidig-zart an. Pons-Struktur-Pflegekapseln. Pflege so individuell wie Ihre Haut. So schmeckt Wrigley Spermint. Das hat immer einen guten Geschmack im Mund. Ja, frisch und süß, aber nicht zu süß, wie er ist richtig ausgewogen. Nur Wrigley Spermint hat den natürlich frischen Geschmack der amerikanischen Spermünze. Geschmack, der länger hält. Die Mischung. Und der Geschmack einfach super lang. So wirklich genau richtig. Genau richtig. Richtig lange. So schmeckt Wrigley Spermint. Sie ist schön, anspruchsvoll und manchmal auch unzufrieden. Aber plötzlich ist sie begeistert, hingerissen. Sie mögen es? Riskieren Sie nichts beim Waschen. Vertrauen Sie Coral dem Experten. Das passiert, wenn Sie ein Stück Stoff mit Colorwaschmittel waschen. Coral dagegen schützt die Fasern aktiv und die Farben bleiben länger strahlend. Wenn das, was Sie lieben, länger schön bleiben soll, vertrauen Sie Coral. Coral, unser wahrer Farbexperte. Milka Tender, mein liebster Kuchen. Grüß dich. Grüß dich. Was ist denn das? Was Feines. Und was? Ganz lokeres, feines Biskuit mit Haselnusscreme. Und zarte Alpenmischschokolade. Na, magst du es kosten? Mh, ein Kuchen von Milka? Besser könnte ich es auch nicht machen. Tender. Milka hat jetzt Kuchen, den müssen Sie versuchen. Früher, als man noch hart arbeiten musste, konnte man essen, so viel man wollte. Später in der Überflussgesellschaft wurde weniger Essen zur Disziplin. Heute gibt es Gutfried, die Wurst aus Geflügelfleisch. In Gutfried ist von Natur aus wenig Fett, aber viel Geschmack. Ist es nicht eine Lust, heute zu leben? Gutfried Wurst ist gut für mich, oh ja. In die Teekanne von Bodum tun sie einfach Tee und heißes Wasser. Und dann bestimmen sie, wann Tea-Time ist. Bodum. Viele sagen zu mir, kein Wunder, dass deine Zähne so weiß sind. Dein Mann ist ja auch Zahnarzt. Dabei kann jeder weißere Zähne haben. Mit Perlweiß. Perlweiß. Das Schönheitszahnweiß macht Zähne schonend viel, viel weißer. Deutschland testet die Trend-Diät. So sah ich aus. Ich habe mit Figura Fit drei Kilo in drei Tagen abgenommen. War ganz leicht. Schaffen Sie auch. Figura Fit. Abnehmen bis zu drei Kilo in drei Tagen. Sie, Sie haben es ja vielleicht schon gehört. Ich bin im dritten Monat. Was mich total verblüfft. Ich bin die Ruhe selbst. Nikotinil. Das 24-Stunden-Pflaster für werdende Nichtrocher. Für die sanfte, individuelle Nikotinentwinnung rund um die Uhr. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. MB präsentiert. Jenga, du nimmst den Block von ganz unten und du legst ihn oben drauf. Du nimmst den Block aus der Mitte und du legst ihn oben drauf. Du baust einen Turm und du hörst nicht auf. Und er wackelt und er taumelt, doch du baust noch oben drauf. Und wenn er umkippt, dann bau ihn wieder auf. Jenga von MB. Die neue Philips Dental Logic. Eine Zahnbürste, die alles richtig macht. Der richtige Druck schützt Zähne und Zahnfleisch. Die richtigen Putzbewegungen lösen und entfernen plug-effektiv. Philips Dental Logic. Mehr von Philips, mehr vom Leben. Mein Tommy lässt sich durch nichts ablenken. Nur durch sein Cäsar. Darauf freut er sich jeden Tag. Feine, ausgewählte Fleischstückchen. Sorgfältig zubereitet. Mh, das ist köstlich. Cäsar, für kleine Hunde mit großen Ansprüchen. Morgenabend bei RTL. Um 20.15 Uhr der große TV-Roman Schulfahrt ohne Wiederkehr. Nach einer wahren Begebenheit. Diese Kinder wollen nach Hause. Aber sie kommen dort nie an. Und um 22.10 Uhr Stern-TV Spezial. Das Exklusivinterview mit Steffi Graf. Ihre Siege, ihre Niederlagen. Und zum ersten Mal ganz privat. Der Mittwochabend mit dem großen TV-Roman und Stern-TV. Dramatisch und informativ. Das ist RTL. Huck, das Spielfilm-Highlight. Präsentiert von Bitburger. Dramatisch und Engelatisch. Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020